So, das neue Update ist da und das Wichtigste natürlich, es gibt eine neue Waffe, taktische Schrotflinte. Also das ist auf jeden Fall die epische und legendäre Variante von der normalen taktischen Schrotflinte. Also ich bin ganz ehrlich, ich habe die gerade schon ein bisschen im Kreativmodus ausprobiert und sie scheint echt heftig zu sein. Aber ja, mal gucken auf jeden Fall, ich werde die gleich auf jeden Fall nochmal in der Solo-Runde spielen. Aber ihr seht schon hier im Hintergrund, es gibt ein paar neue Skin-Varianten und also Kleinigkeiten von Rette die Welt und so. So, Solo, let's go. Noch ganz kurz bevor das Video beginnt, ich habe gerade gesehen, dass einfach über 60% von den Leuten, die meine Videos schauen, mich noch nicht abonniert haben. Also ja, falls ihr nichts mehr verpassen wollt, vergesst auf jeden Fall nicht zu abonnieren, ist ganz einfach und geht mega schnell. Und falls ihr mich kostenlos unterstützen wollt, könnt ihr ganz einfach im Item-Shop in Fortnite, rechts unten bei Unterstützer ein Creator, meinen Creator-Code eintragen, arianfn, dann annehmen, würde mich auf jeden Fall mega freuen. Und ja, los geht's mit dem Video. So, Salty. Okay, es gehen auf jeden Fall viele mit. Alter, nur Pistolen in dem Haus. Junge, warum kommen die alle? So, dann wurde auf jeden Fall noch die schallgedämpfte Sniper entfernt. Und dafür ist jetzt wieder die Repetier-Sniper drin. Ja, finde ich auf jeden Fall gut so. Und hier sind erstmal Gegner. Was? Ich dachte, der wäre dahinter. Jiga, der Winkel ist hier so scheiße. Oh, ich dachte, er hätte die neue Waffe, aber das war nur die Tag. Schade. Ah, und wenn man jetzt das Menü hier öffnet. Sieht auch ganz anders aus. Finde ich eigentlich ganz geil. So, da hinten ist der nächste Gegner. So, komm her, du bist One-Shot. Der hat gesessen. Oh, taktisch Rotlinzel. Endlich. So, warte. Erstmal kurz hier einbauen. Also, in episch macht die 83 Schaden. Schussratter entküren. 25. Wow. Alter, 140 Schaden. Junge. Also, die Shotgun ist halt schon echt heftig. Nur, was mir aufgefallen ist, irgendwie nach dem Meditieren hat man voll den Delay, bis man da jetzt schießen kann. Aber ja, keine Ahnung. Vielleicht muss ich mich auch einfach nur dran gewöhnen. Oh. Alter. Alter. Okay. Oh, der erste Kill mit der Repetier-Sniper. Ist das schön. So, dann die Combat-Shotgun. Die wurde auch irgendwie schlechter gemacht. Also auf weite Distanz soll die jetzt nicht mehr so gut sein. So, ist hier überhaupt noch jemand gelandet außer der Typ hier? Ah, doch, hier ist einer. Warte, das trinke ich erstmal. Natürlich gibt es irgendwie noch Schaden. So, die Lila-Sniper. So, Lagerfeuer. Ja, ja, habe ich noch. Das ist halt das Geile an der Farm. Warte, da hatte er nicht die... Nein, es war die normale taktische. Ey, Mann, ich dachte, der hätte jetzt die neue. Fuck. So, direkt wieder Full-Shield. Aber irgendwo war noch einer. Das hat von irgendwo jemand geschossen. Wow, der war komplett One-Shot. Also, eigentlich würde ich gerne die Helge-Gleiter mitnehmen, aber... Naja, komm, ich spiele über die Sniper. Alter, nicht sein Ernst. Ist auf der da jetzt umgekämt. Wenn ich sowas von pushen. Also, ich spiele über die Sniper. So, taktische Schrotlinde. Endlich. Der hat... Der dachte, der hätte mich getrafft und hat getanzt. Junge, was war denn mit dem, Alter? So, Lagerfeuer noch. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Aha. Komm, Sniper Battle. Er muss länger nachladen. Dann halt nicht. Komm, bitte. Das hat gut. Das war's doch schon mit dem Video Schreibt auf jeden Fall mal eure Meinung über den neuen Shotgun In die Kommentare, findet ihr auf jeden Fall mega heftig Und ja, bis zum nächsten Mal Ciao